Moin Leute, ich bin hier in einem komplett anderen Hostel. Warum und weshalb und warum ich jetzt auch wieder gehe, seht ihr, jetzt. Ja, ich bin in Tulum City. Hier bin ich auf der Rooftop Bar für einen neuen Hostel. Banana Hostel oder so heißt es. Richtig cool eigentlich, also echt sauber auch. Was komplett anderes, wo ich bisher war. Und wenn man da mal runter schaut. Ja, sieht halt echt so typisch mexikanische Stadt aus. Hier sind auch ganz geile Bilder gemalt. Finde ich richtig cool. Oh no! Finde ich richtig cool. Ja, aber es ist Zeit wieder zu gehen. Und ich habe noch was vor. Heute Morgen. Und muss dann nochmal zum Luis. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich muss dann nämlich was abholen, was ganz cool ist. Und ja, dann geht es wieder in mein altes Hostel. Aber gut, später mehr. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. ausgebaut. Auf jeden Fall sauber in den Alpen, in der Küche, was wir immer zu da essen im Hostel. Also in Alpen, wo ich jetzt auch wieder hingehe, nicht ist, aber da ist alles, inklusive, was das Essen angeht, und das ist halt unschlagbar. Das würde ich gerne schon mal kaufen. Hier kommt mein ganzer Stoff rein. Ihr wisst ja, wie das abläuft im Hostel, mit Essen, das werde ich dann auch hier verlinken. Da hatte ich schon mal einen Beitrag oder ein Video gemacht. Und jetzt gehe ich mal Zähneputzen und schaue mir das Frühstück mal hier an. Dann muss ich ihn wieder auschecken und dann sehen wir noch bei Luchs. So, bevor ich auschecke, hier nochmal das Hostel. Check's mal auf den beiden. Ja, und jetzt gehe ich mir mal einen Kaffee holen. Hier, mein Freund, der Hund. Ja, hier gibt's mehrere Hunde. Die haben meistens Hunger und suchen sich was. Ja, und ich werde auf jeden Fall fündig. Hier sind überall irgendwie Leute und auch auf der Straße unterwegs. Und ja, hier ist auf jeden Fall krass in Tulum City, weil hier hat man alles eigentlich. Und das ist halt das Gute. Jetzt versuche ich auch nochmal Geld irgendwie zu besorgen. Also einen Kaffee und Geld. Und in dem Kaffee, wo ich gestern war, habe ich was bekommen. Das werde ich auch noch einblenden von jemand. Fand ich richtig cool und ich werde ihn auch verlinken. Okay, jetzt angekommen hier bei Luis. Der stellt mir sein Fahrrad zur Verfügung. Echt geil. Guckt's euch an. Richtig cool. Und damit fahre ich jetzt zum anderen Hostel. So läuft es hier. Just moment. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich habe die Welt gedauert. Was denkst du über ihn? Ja, es geht gut. Es geht gut? Es geht gut? Ja, es geht gut. Ja, es geht gut. Nice, man. Der falsche Kaffee. So läuft es hier in Mexiko. Es ist total verrostet, aber wir kriegen das schon sicher hin oder Luis kriegt es hin. Es ist schwierig, oder? Ja, ein bisschen. So, jetzt habe ich aber noch was anderes. Und zwar habe ich das Ladegerät für den Rasierer von Luis. Den holt er jetzt gerade. Und der hat den gleichen Rasierer als ich. Und richtig cool. Und der ist halt zum Traveln bombastisch. Da ist das Teil von Philips. One Plate heißt das Teil. Und man kann hier perfekt die Konturen machen und so. Ja, das ist jetzt Werbung. Aber ich muss den auch verlinken dann. Dann könnt ihr euch den mal anschauen. Also auf jeden Fall. Ich finde zum Traveln richtig cool. Brauche halt Elektrik. Aber wir haben immer das Ladegerät hat. Perfekt. Wir haben jetzt getauscht Rad gegen Ladegerät. Jetzt quasi. Okay. Vielleicht gehen wir ja auch noch hier ein bisschen fischen. Wenn das soweit ist, dann werdet ihr das sehen. Richtig cool. Also bleibt dran. Haut dran. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin falsch gefahren, Alter. Ich bin genau die Gegenseite gefahren, aber jetzt bin ich gleich da. Und ich glaube, das ist die härteste Sporteinheit in den letzten Monaten. Ja, jetzt bin ich hier ein bisschen unterwegs mit meinem Rad. Ja, und alles fügt sich, alles fügt sich. Findet alles im Kopf statt, meine Freunde. Ihr müsst einfach positiv bleiben und dann bekommt ihr auch Positives, wie das Fahrrad um. Ja, man muss einfach nur daran glauben. Okay, jetzt muss ich ein bisschen auffassen. Aber geil ist es. Das sind die Gefühle, wo man merkt, dass man lebt. Wartet ihr das auch schon? Ist auf jeden Fall interessant. Und danach strebe ich jedes Mal. Okay, bis gleich. Ja, eigentlich habe ich es mir genauso ausgemalt, wie es gekommen ist. Aber dass es jeden Tag irgendwie was Neues gibt, hätte ich nicht erwartet. So viel positive Aura, so viele tolle Menschen. Ich hoffe, es geht weiter so. Und wenn ihr auch mehr davon wollt, dann lasst gerne mal ein Abo da und Daumen hoch oder runter, wie ihr wollt. Und ganz wichtig ist, dass ihr gesund bleibt, dass es euch gut geht, gerade jetzt in der Zeit. Ja, seid für euch da and be a hero. Ja, seid für euch da und da und da und da.